Es ist 2020 und wir reden schon wieder über eine Flüchtlingskrise in Griechenland und an der europäischen Grenze. Ich bin ziemlich frustriert, dass sich seit 2015 so wenig getan hat und wir wieder sehen, dass wir in enorme Probleme geraten. Menschenrechte werden gerade an unserer Grenze nicht eingehalten und ich glaube, das ist nicht richtig, denn Europa ist eine Wertegemeinschaft, die auf Menschlichkeit aufbaut. Doch was kann man in so einer Situation tun? Unser langfristiges Ziel muss ein rechtsstaatliches und humanes Asylsystem sein. Und was kann man dafür gerade tun? Kurzfristig muss auf jeden Fall Griechenland geholfen werden. Das hat die Kommission jetzt schon getan und dafür gesorgt, dass Unterstützung für die Grenze und für humanitäre Hilfe kommt. Gleichzeitig muss aber auch ein neues Abkommen mit der Türkei geschlossen werden, das dafür sorgt, dass Hilfsorganisationen vor Ort finanziert werden, damit sie den 3,7 Millionen Menschen, die sich jetzt schon in der Türkei befinden, damit diese Organisationen unterstützt werden, um die Menschen dort zu integrieren, ihnen ein Dach über dem Kopf zu geben und außerdem dafür zu sorgen, dass sie ausgebildet werden. Nur so machen sich Menschen nicht auf den Weg und das ist im Interesse von ganz Europa und von Griechenland. Gleichzeitig müssen wir aber auch kurzfristig dafür sorgen, dass die Jugendlichen, die sich gerade noch in Lagern in Griechenland befinden, in einer wirklich schlimmen Situation, die wirklich aussichtslos ist, dass diese verletzlichen Menschen von den Inseln gebracht werden. Denn wir müssen darauf achten, dass die Lage dort jetzt nicht noch schlimmer wird. Diese Menschen müssen in ganz Europa verteilt werden und dafür müssen unsere Innenminister sorgen. Gleichzeitig brauchen wir aber langfristig ein wirklich europäisches Asyl- und Migrationssystem. Ein System, das dafür sorgt, dass Menschen, die an unsere Grenze kommen, registriert, identifiziert werden und dass sie danach in einem Verteilungsschlüssel in ganz Europa verteilt werden. Wenn Länder keine Menschen aufnehmen können, dann ist es möglich, dass sie mehr Geld dafür bezahlen, dass dieses System aufrechterhalten wird und dass so die Last gleichfristig und gleichmäßig verteilt wird. Dafür setzen wir uns bei Volt Europa ein, denn wir denken, die Dinge sollten auf europäischer Ebene geregelt werden, die dort am besten geregelt werden können. Migration ist eindeutig eins dieser Themen. Wenn euch das wichtig ist, dann helft uns, helft uns offen darüber zu sprechen und helft uns vor allem dafür, die richtigen Dinge auf der europäischen Ebene anzugehen. Vielen Dank euch!